So, einfach mal weiter Mein Gott Der springt doch immer direkt weiter Hüpf Nein Boah, das war knapp Oh, 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 oh Nein Oh, Schweinart Ja, wo kann ich hier rüber, wo kann ich rüber, wo kann ich rüber Ah Hallo Ach mein Gott Falsches Ding hier ausgewählt Okay, der Trick ist neu Ah, so kriege ich die also runter Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ich wollte nochmal hier hin Weil wir haben ja jetzt einen Schlüssel übrig Oder ich meine zumindest wir haben einen Schlüssel übrig Ich finde bei so einer Collector's Edition sollte eigentlich immer ein Season Pass mit bei sein Was ist das? Achso Ich dachte das wäre eine Tür Ja dann müssen wir jetzt erstmal wieder zurück Ich weiß gar nicht Kann ich jetzt mit dem Portal hier einfach zurück oder Ich sollte ja vorhin auch den Wolf benutzen Das andere Ding weiß ich gar nicht wofür das gut war Vielleicht hätte ich das doch mal ansprechen sollen Oh Ich frage mich nur, warum der ihm immer als Trevor Belmond und dann auch noch als Kind erscheint. Na. Oh, hier waren wir aber vorher nicht. Wo muss ich denn hier überhaupt hin? Ach, da ist auch noch ein Weg. Wie dumm das einfach aussieht, wenn Dracula mit dem Fahrstuhl fährt, ist der Fürster Finsternis, er sollte sich teleportieren können. Ich frage mich nur, warum. 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 Ich frage mich nur, warum, warum. Total. Ich frage mich nur, warum. Ich frage mich nur, warum. Warum ist sie zu sowas geworden und die anderen zu etwas anderem? Ich frage mich nur, warum. Ich frage mich nur, warum. Ich frage mich nur, warum. Da ist ein Fahrstuhl, aber ich guck mich trotzdem hier nochmal um, was hier noch so ist. Okay. Ich will nur mal wissen, wo ich hier so rumrenne. Deswegen erkunde ich einfach mal ein bisschen die Umgebung. Aber es muss ja einen Grund haben, dass es hier mehrere Räume hat, oder? Wahrscheinlich werden dahinter einfach nur die anderen Gegner eingesperrt, die ich so fange noch. Ist schon geil, dass sich Dracula einfach mal so rumkommandieren lässt. Selbst der Tod hört auf Dracula, aber Dracula rennt hier einfach mal so rum. Interessant ist auch, dass er eigentlich viel Kenntnis über die neuzeitige Welt hat mit Virus und Gegenmittel. Verstehe ich gar nicht. Verstehe ich gar nicht. Ich schätze mal, ich muss da vorne rum. I like practice his trotzdem. Ich glaube, das ist egal. Ich glaube, ich komme natürlich auch damit hier wieder zu sein. Hier Lei sage ich bis jetzt wieder услов. Icheyere immer noch einmal skr集 war's. I like this. Ich schätze mal, was ich nicht mal sojskalt. War's so gut so gut. Ich bin sicher dass. Ich weiß keine hypnisterah. Ich움 also caracter 바뀌ung. Was ist das? Was ist denn das? So ein paar Sachen kann ich wohl offenbar noch upgraden. Seite L2 gedrückt. Das sieht doch gut aus. Oh. Oh. Mal sehen was das bewirkt. Achso, das erhöht den Druck auf diese Leitung. Okay. 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 Apokalypse. Okay. Krasser Virus. Okay. 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 Es geht nicht. Okay. Tschüss. Ferngut 되고. Und braun. Da würde ich nicht wieder hochkommen Ich gucke mich erstmal hier sauber um Weil das Ding da vorne Ja noch ist Es muss doch irgendeinen Weg Dahin geben Hier wird doch auch angezeigt, dass da ein Weg ist Warum soll ich denn da nicht hinkommen können Okay Komisch Oh nimm ihn doch Oh Das ist gar kein Gegner Das ist gar kein Gegner Da ist auch noch eins Und wir sind jetzt auch langsam wieder Beim Ende des Parts Ich gucke nochmal eben, ob hier vorne was ist Aber ich glaube, ich höre auch heute Für heute auf Kann ich den hier nochmal irgendwie manuell speichern Guck mal, ich laufe jetzt hier nochmal in den Lamm Und einfach mal da runter Dass er mir auch jedes Mal sagen muss, dass ich jetzt wieder eine neue Fähigkeit aufrüsten kann Das wäre ja ausgedrückt, weil ich ratere gerne auf capable Mir nicht weiß, dass wir jemanden Ich führe mit mir Super. Also da lang. Irgendwie sind die alle Türen zu. Habe ich etwas verpasst? Oh. Komisch. Ein bisschen weh, den ich jetzt gerade nicht sehe. Okay. So, wir überziehen Aber sonst auch Ich mache jetzt einfach mal Schluss Wobei hier wäre der Weg, glaube ich, gewesen Sieht so ein bisschen aus wie der Laden Von dem einen Genom Kann ich doch bestimmt hier irgendwie eine Ratte verwenden da Vielleicht mache ich auch noch einen Part Auf jeden Fall sehen wir uns gleich im nächsten Video